Wir müssen gucken, ob es schon reif sind für die Ernte. Erst noch ansammeln lassen, ne? Ich glaube, diesem Talosch hinterher, da sterbe ich nicht. Ja, 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 ja! Warte, ich will endlich diesen Bulldog-Teil haben. Ich hol dich, ich hol dich. HULTIK! Dankeschön. Nicht hol dich, ich hol dich. Ja, aber HULTIK, du musst dich beeilen. Jetzt hör besser ich noch deine Stut. Was bringt dir dein komisches Airbus-Teil? Spiel jetzt mit einer geilen Waffe. Ich spiel doch schon längst mit Reanimation, Mann. Ja, dann mach mich mal. Ja, wo bist du? Boah, ich bin mies skilig aufs andere Dach gejumpt. Ich auch. Leute, du hast voll den Felsbrocken mit runtergenommen. Echt? Cool. Wir kommen dann jetzt in dieses Haus rein, das muss ich mir unbedingt merken. Welches? Zwischen A und B. Ja, da, wo wir gerade rauskommen sind. Okay. Dann wird schon wieder oben geloopt. Hä, die sind alle auf dem Dach? Äh, guckst du die an! Von hinten. Von vorne. Kommen die da hinten? Ach, ja. Wie ihr direkt weiß, dass ich da bin, ey. 20 Mal gestorben, höchstwert im Team. Siehste, die Kills, da bin ich gar nicht mal so schlecht mit dabei. Wenn ich weniger sterben würde, dann wäre das voll in Ordnung. Oh ja, wieder diese schöne Ecke hier. Die gleiche Route nochmal. Ja, ich bleib' jetzt hier oben. Ach komm, wir haben fast noch gar nicht gekämmt in den Aufnahmen. Ich finde das so genial, wie einfach nur tausende Klimaanlagen auf den Dächern von Hongkong sind. Hongkong. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Meiner! Das ist Countless Kill, das zählt. Weißt du, wessen Lache das ist? Weiß nicht. Kennst du? Hat heute über Handys gelabert. Hab ich schon rumgeschleimt. Oh Gott. Ja. Mach doch mal. Weil er nicht richtig lachen will. Lö. Das. Ich hab ein Vierfach Kill gemacht. Oh, ich bin dein stolzester Sohn, ey. Das war halt auch richtig skillig. Ich sag's dir, ey. Ich hab wen auf dem Balkon gemessert, aber dann war ich gekillt von der Granate. Weil die natürlich schon da lag und nur gewartet hat. Aber ich bin positiv. Gilt. Einen noch mitnehmen, oh schade. Ja, 18, 21, gleich viele Kills wie du. Das war gerade ein schöner Vierfach Kill. Da standen sie da alle und hatten einfach keine Chance. Weil sie alle voreinander. Ja, die standen nämlich alle voreinander und so konnte glaube ich nur einer auf mich schießen. Oder so ist es eigentlich logisch. Und die konnten nicht alle vier in einer Reihe gleichzeitig auf mich schießen, so wie sie sich sonst immer so richtig hässlich aufreihen. Also ich werde nicht angeben, aber ich werde nicht mehr zu tun. Ah, auf den Tag, Ponyslaystation. Ist echt kacke, dass sie auf dem Dach sind, aber es sind eigentlich auch gar keine Camper. Weil wie oft ich den einfach sehe. Da kommen sie erst mal die Granate zurück, das muss reichen. Warte, hinter uns, komm ich einer? Ja, ja, ja. Wo? Ony Slaystation. Aber der ist da reingelaufen. Ach, der ist runtergesprungen. Okay, der hat mich eben noch von rum. Warte, ich hole dich. Ony Slaystation, ey. Noch einer. Hinter. Loll, mit 27 HP, ey. Loll, ich hab ihn, aber er hat mich auch. Ja, egal, wenn er weg ist. Weil er gehetzt hot in the car. Weißt du, jetzt kommen die da, hier gestern, ne? Ja. Dieser, dieser, dieser öffentliche Platz hier, neben meinem Haus. Ja. Mähen die hier mit, ähm, mit Handrasenmähern, ja? Ja. Brauchen so richtig lange. Jetzt kommt dieser Schub hier an. Dieser nette, durchaus nette Beamte, kenn ich nicht, egal. Ähm. Und kommt hier mit seiner Maschine an, aber heute. Und gestern mussten sie alles vorhandmähen. Wenn man das hört, mute ich mich. Okay. Ich hab's noch nicht gehört. Ah, nee, die Sprachaktivierung lässt das nicht hören. Ja, klar. Junge, ich werd andauernd von oben gekillt und da sind jetzt die Barrieren im Weg, oder was? Hier, weiter rein, da. Und weg. Ein Raw auf dem Dach kommt um die Ecke, scheiße. Wie kann man sich das jetzt eigentlich freischalten? Was? Die ist Raw. Ich hab nicht mal gefunden, wo man den einsetzen kann. Welche Klasse. Ich glaub Versorger, aber ich... hab den Namen da nicht. Gesehen. Wie ich ihn mies gerettet habe. Sony Slay Station. Oh, ich hab fast Double Kill gehabt. Ich hab einen. Oh, nee, nur Assist. Wie ist es rumgeballert, scheiße. Oh, ich hab Sony... äh, Pony Slay Station geguckt. Ja, da kommt noch einer, kommt noch einer. Runter? Äh, hoch. Guck dann. Vorsicht! Ab, 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 ab. Kannst du mich wiederbeleben? Und ich kann dich... Danke! Ich bin ja... nein... Ich wollte aber... Ja, aber das war nicht ich. Ich bin ja Ricken. Ja, egal. Aufklärer. Ich will jetzt mal mein C4 benutzen. Ja. So, ich komm wieder hoch. Das Dach ist nämlich... Da ist dieses Teil. Das ist echt so ein kleiner Panzer. Den kannst du nicht umbringen. Doch. Aber man braucht über lange. Ja, deswegen. So fünf Magazine. Hm. Oh, da hinten ist wieder so... Man kann nicht in das Fenster rein. Ich spring dir nach. Oh, der liegt hier tot. Da ist so ein Amtrak. Ich will das mit C4... äh, vieren. Und ich will zugucken. Dann kommt Typ. Ja, warte. Ich geh grad Dach hoch. Scheiße, jetzt schießt der Amtrak gleich auf mich. Hä? Hä? Hint er mir seiner? Pony Slay station schon wieder. Der ist weg. Like to smoke weed. Das ist mein... Zweiter Nebesitz hier. Wo sind die Hass liegen? Da waren eben noch zwei. Oh nein, ich brumte mir gefallen. Ja, dann guck mal da hinten. Oh, da ist er. Pony Slay. Ist weg. Oh, ich hab ne Kill-Hilfe bekommen. Warte, ich überleb dich wieder. Nein, hinter mir. Ja. Scheiße. Wollen wir noch ne Map danach machen? Nö. Nö. Wie du willst. Mir egal. Heute ist, äh, satt. Halt mich gut, aber das Problem ist grad wieder gestorben. Es ist wirklich, guck mal unsere Kills sind voll in Ordnung, aber ich finde wir sterben viel zu oft. Beziehungsweise... Mir ist die KD vollkommen egal. Mir geht's nur um die Punkte. Ja, schon, aber es sieht halt besser mit KD aus und bei Battlefield 3 war zum Beispiel, wo du so oft einfach wiederbelebt hast. Von hinten mit der Bulldog. Und dieses Wiederbeleben war halt mega gut, weil jeder Sword gespielt hat, oder ne? Ja, weil das die beste Klasse war damals. Ja. Und man kann sich ja trotzdem mal aufteilen. Aber du, wie du mies viele Punkte gemacht hast. Aber mit mies viele meine ich richtig viele. Oder Repair-Dings. Ja. Da gab's auch wenigstens noch Punkte fürs Reparieren. Ach komm, diese QBee, äh, S09-Teile. Da kommt dann wieder so ein Panzerschrott. Bei B sind grad so alle richtig. Ja, jetzt lass ich mich locken. Ich hock, äh, hockte in der Garage. Was, Fick, Hock? Wui, süß, süß, wui, wui. Oh, nein, nein. Oh, LLW. Oh, hat mal wieder wen gekillt, das ist ja super. Ich wollte ihn hier grad noch absecken, schade. Nein. Jetzt so schön C4'n können aber. Aber. Doch, renn noch hin, renn noch hin. Nö, das wär. Nass. Ja, ich weiß. Alter. Oh, jetzt, jetzt war das ne Cruise Missile da. Das wollte ich machen. Egal, solange die von... Da ist einer hinter, in den Trümmern. Tony's Lays Station. Oh, scheiße mit deiner Shotgun. Oh, Mann, ich war zu langsam zum Wechseln. Weil nachlaut. 28 Tode, ey. Das ist, das war was schlecht zu werden. Ey, ich spreche den Namen immer im Fall. Ich sag, Sony Slay Station, ey. Pony Slay. Slay Station. Slay Station. Oh, Mann. Meine. Weißt du denn, dieses deutsche Spiel nervt. Einfach nur, weil das deutsch ist, weil dieser Tag so grisig ist. Voll ablegen. Ja, musst du halt Hurtig lesen. Hurtig. 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 Nein, das war gerade nicht gut. Hör auf. War nur so billig nachgemacht. Ausreichend. Muss man so mehr aus dem Hals raus. Oh, ne. Hurtig, Hurtig. Nein, das ist auch fertig. Jetzt geht mir die Muni alle. Hurtig. Wie er es nicht checkt. So, jetzt gucken wir wieder auf meine Sutt. Ich hab's selber noch nicht getan. Ja, du bist besser als ich gerade. Ja. Wird euch wiederbeleben und geiler Triple Kill, ohne dass die Gegner es merken. Irgendwas checken. So, hier liegen ganz viele Tote. Deswegen sollte ich da eigentlich nicht umrennen. Aber ich mach es. Weil ich bin gerade killfreudig. Ich bin ja froh, dass der Rasen mäht, ja? Aber. Aber nicht, wenn der Rasen nass ist. Das hätte er gestern machen können. Thomas Gottschalk, aber. Dies ist natürlich eine Selbstverständlichkeit. Ein Auskreis. Ja, ich will gleich neutral, Junge, einen Kill. Komm, gib ihn mir. Ein 160 Tickets, dann muss ich nur noch ein Double Kill. Oh, ich hab gerade Sanchez gekillt. Sanchez. Oder Sanchez. So, einfach ruhig stehen bleiben und dann werden wir weggesniped. Ich muss mein Leben an. Ja, hier, komm her. Wofür hab ich's denn? Oh nein, schon wieder diese... Diese QBS-Typen. Schrota. So, jetzt auch mal direkt nach dem Spawn da wegge... Komm. Ja. Battle Potato, noch falsch geschrieben. Bestimmt ein Deutscher. So, Betel-Potato. Echt? Das war richtig ein Deutscher. Gerade im Snipe-Modell. Kommt einer. Ich. Kommen so ein paar. Ich nicht. Oh, ey. Seh ich nicht einen. Leul, gekillt! Ich hab drei Schüsse auf die Füße gebraucht. Leul. Leul, 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 leul. Ja, Battle Potato, hier. Hab ich gekillt. Aber Sanchez hat mich wieder gekillt. Jawoll, der ist... Voll die Camper-Pose. Ich hab zwei Schuss. Was? Komm runter, komm runter. Sein Betzins alle, glaub ich. Er hat aufgehört. Ah, immer noch ein Assist. Oh Mann. Bin gestorben beim Nach-Jun. Oh, bei dir, ja? Ja, ja. Ich bin auch gestorben. Tut mir leid. Kann mir nichts machen. Nein, jetzt müssen wir erst wieder dahin rennen. Warte, bis du dahin geraten bist, natürlich noch. Oh, hier ist schon wieder dieses hässliche Panzer-Ding. Alle drauf da. Kaputt. PG draufhauen. Hast du das? Ne, ne, ne. Ich bin immer noch C4. Oh, das ging schnell. So richtig Cheater-like, ey. Leute, da sind Dinge. Ich bin tot. Junge, der schießt auch so komische Airbus-Teile. Dieses Mini-Teil? Ja. Ich will das irgendwann mal freischalten, so off-screen, und dann überrasche ich alle hier. Na. Ja, bitte, dann laufe ich einfach die ganze Zeit hinter dir her. Junge, das Teil hat mich schon wieder. Das ist mega OP. Viertemal. Ich hab Betten-Potato schon wieder. Ich will nicht wissen, wie viele Dinger es davon gibt. Jetzt bin ich gleich wieder negativ, man. Ich hab mich gerade aufgeholt. Ey, das ist ein richtiger Deutscher. Betten-Potato. Das merkst du sofort. So wie der spielt, ne. Hier wird rumgeballert. Ist er... Ach, Shotgun. Und wenn man vor ihm steht, ist er natürlich direkt auf dem Kopf hier. Wenigstens ist er jetzt tot. Gordon Freeman ist gejoint. Oh Mann, ey, da hast du echt keine Chance gegen diese Schroter. Ist echt kacke. Schrotflinten und Sniper gehören verboten. Und die Bulldog. Jetzt bin ich wieder richtig schon negativ. Warte mal, Telefon, ganz kurz, Entschuldigung. Ja, freilich. Ich unterhaufe euch aber nicht so wie Leo letztes Mal, ne, dass ich gar nichts zeige. Ich sage nämlich trotzdem was. Weil ich nämlich Killer bin. Aber so ein richtiger. So ein... Oh, what. So dumm. Aber da steht er noch. Ja, ja. Werf sie ruhig. Werf sie ruhig. Den will ich wieder. So hole ich mir nämlich die Punkte. Und gleich kommt er hier. Da war noch der Enter, oder? Da war auch einer. War der nicht gerade so ein Orangenes? War es. Okay, sehr gut. Und von den Scheiße, der hat mich gesehen. Unter dem Chat stand gerade ein blöses Vorrat. Aber schade, ich wollte gerade sagen, drei Kills wären ja noch ganz gut. Haben wir eben verloren. Die erste Runde mit 6 oder 700 Tickets gewonnen heute. Die zweite mit 450 verloren. Und... Mal gucken, ob Leo gleich nochmal wiederkommt. Wir gucken uns in der Zeit die Punkte an. Gigi, gigi, gigi. Nee, Gott, drop sei das. Guck, ich hab's nicht. Das ist ein Jot. Hehehe. Easy, baby. Nee, das ist ja der Gegner. Das sollte mich jetzt eigentlich provozieren. Okay, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Leo kommt, dann werde ich ihm einfach sagen, dass wir schon aufgehört haben. Und bis morgen. Und wenn es eine Freitag-Folge ist. Bis Montag. Tschüss. Und bis triggers. Tschüss. Bye-bye. Untertitelung des ZDF, 2020